Welche Bedingungen können verstopfte Ohren verursachen? Verstopfte Ohren können das Ergebnis vieler Dinge sein, einschließlich übermäßig viel Ohrenschmalz, eine Erkältung oder eine Nasenebenhöhlenentzündung oder sogar Allergien. Eine Erkältung, eine Infektion oder eine Allergie kann dazu führen, dass eine Person das Gefühl hat, dass ihre Ohren verstopft sind, selbst wenn sie es nicht sind. Manchmal, besonders wenn eine Person regelmäßig etwas in das Ohr steckt, wie Wattestäbchen und Ohrstöpsel, baut sich das Wachs genug auf, um die Ohren zu verstopfen. In einigen Fällen heilen die verstopften Ohren sich schließlich selbst. In anderen Fällen kann ein Arzt die Ohren reinigen oder eine Behandlung verschreiben. Erkältung und Allergien können verstopfte Ohren verursachen, wodurch Geräusche dämpfen und manchmal Schmerzen verursachen. Während eine Ohrentzündung möglich ist, ist es manchmal nur das Symptom einer Erkältung. Dieses Problem ist normalerweise vorübergehend und beseitigt sich innerhalb weniger Stunden bis zu ein paar Wochen. Ein Nasenspray oder orale Abschwellmittel können in der Regel vorübergehende Linderung bringen, obwohl es generell empfohlen wird, einen Arzt aufzusuchen, wenn die Verstopfung schwerwiegend ist oder nicht innerhalb einiger Wochen verschwunden ist. Die Ärzte sind sich im Allgemeinen einig, dass das Abstechen von Wattestäbchen oder etwas anderes im Ohr eine schlechte Idee ist. Ohrenschmalz schützt das Innenohr, und wenn es entfernt wird, juckt es. Dieses juckende Gefühl neigt dazu, die Leute glaubend zu machen, dass ihre Ohrenmehrreinigung benötigen, und der Zyklus geht weiter. Manche Menschen produzieren natürlich zu viel Wachs. In diesem Fall ist wahrscheinlich eine regelmäßige Reinigung durch einen Arzt oder ein von einem Arzt zugelassenes Hausmittel erforderlich. Andernfalls baut sich das Wachs weiter auf, bis die Geräusche gedämpft werden oder die Person im betroffenen Ohr nahe oder vollständig taub ist. Eine Ohrinfektion kann auch verstopfte Ohren, gedämpfte Geräusche und Flüssigkeit aus den Ohren verursachen. Bei kleinen Kindern sollte wahrscheinlich eine Ohrentzündung vermutet werden, wenn das Kind an den Ohren zieht oder nicht gut zu hören scheint. Viele Ohrenentzündungen verschwinden von selbst, aber es ist in der Regel ratsam, einen Arzt zu besuchen, besonders wenn Schmerzen oder eine Vorgeschichte von Ohrenentzündungen auftreten. Gelegentlich bekommen Menschen verstopfte Ohren und ein Arzt kann die Ursache nicht richtig diagnostizieren. Manchmal entzieht sich die eigentliche Ursache jahrelang der Person und verlässt sie oder sie mit eingeschränktem Gehör. In diesem Fall wird in der Regel das Durchhalten einer korrekten Diagnose und Behandlungen empfohlen, die die Blockierung zumindest ein wenig erleichtern.